. Dann kannst du wieder? . Oben Nachmittag. Entschuldigung, kannst du denn ein Foto? Na klar. Also, ein Foto von uns. Entschuldigung. Hey Siri, mach des Anruf. Aber sag dem Fahrer, der soll mich im Loch an der Ecke abholen. Moin moin. Wenn das mal nicht noch ein Grusel ist. Dann bist du wieder auf Weltreise? Ich hab ein Casting, ganz schön dickes Ding. Kann ich ein Autogramm haben? Haben Sie was zu schreiben? Nee. Ein bisschen Papier? Nee. Danke. Gern geschehen. Sie erkennen mich nicht, oder? Sie wohnen in meinem Haus? Nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaub, ich muss los. Ihr Flug geht erst halb zwei, Sie haben doch noch Zeit. Wohl, wissen Sie das. Ihr Stasi-Leute wissen sowas. Ich kann in eurer Wohnung sehen. Und mein Fenster aus. Plötzlich konnte ich nie mehr wegsehen. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir, oder halt die Fresse. Okay. Ja, ich halt die Fresse. Das nennt man Stalking. So, mal, hast du ein Ding an der Waffel? Sie haben mich angelogen. Schockierend, nicht wahr? Dafür gehst du ins Gefängnis. Ich hab Handschuhe getragen. Der Bruno, immer für die anderen da. Da denkt man, dass man ein Leben hat und plötzlich ist alles eine Lüge. Sie schweinen. Wie viel willst du? Jetzt hörst du mich verletzt. Halt die Fresse! Entschuldigung, jetzt hab ich Sie schon wieder gedust. Aber das passiert mir immer wieder, weil ich Sie so gut kenne. Okay. Wir sind hier, aber wir sind Lieblingsfassen. Erst hier, wie coolt. Jetzt hören wir uns lieber, wir sind. Ich weiß, wie coolt.